Herzlich Willkommen zurück bei Horizon Zero Dawn mit der Aloy. Ich befinde mich im Übrigen immer noch in der Aufnahme-Session, die ich vor 3 Folgen wenden wollte. Witzig oder? Das Spiel fesselt Leute. In der ganzen Session habe ich mindestens 2 Folgen dabei. Das ist immer das mit den Banditen. Okay. Dann würde ich mal sagen, machen wir weiter. Ich habe jetzt hier pausiert, weil ich wollte eigentlich keine Folge mehr aufnehmen in der Session. Ich habe gesagt, was ich im Kasten habe, habe ich erstmal im Kasten. Mehr mache ich sowieso nicht, würde ich nicht machen. Jetzt ist aber die Frage, wie machen wir weiter? Werden wir direkt wieder ins Schneegebiet zurück? Oder sammeln wir hier erstmal ein paar Rohstoffe? Das Problem ist, wir müssen hier verschwinden von der Stelle, wo wir gerade sind. Dann gucken wir uns auch die neue Waffe an. Weil den Sturmvogel, den wir gerade fertig haben. Wir sehen es ganz oben am Bildschirmrand. Unter dem Baum. Der ist nämlich wieder da, weil ich neu geladen habe. Das war ja kein reines Questmonster. Sondern das war ja auch nur ein Standardmonster, was von der KI hier gerade ausgewählt wurde. Um hier am besten das Ding da zu ernten. Und deswegen mache ich jetzt auch nicht die Breitköpfe, die hier rumgelaufen sind. Die uns auch die Loa hätten liefern können, die wir brauchen hier für die ganzen Fallen, für die Banditen. Deswegen holen wir uns das jetzt woanders. So, wir gehen mal auf die Karte. Jo. Wir können auch gleich mal reingucken. Waffen. Was haben wir jetzt hier gewonnen? Was ist das? Handhabung 70. Was können wir hier noch drauf bauen? Munition. Top. 150. Da ist die Frage, das geht doch nur auf die Entfernung, oder? Also wir bauen. Wir setzen uns das Ding. Wir machen das uns mal hier auf die Schleuder. So, das würde ich mir ganz gerne mal ausprobieren. Aber nicht unbedingt an dem Sturm vorgehalten. Äh, was haben wir hier noch? Maschinenkahn groß. Die seltene Maschinenteile ist bei Hintern sehr ausruflich begehrt. Oh. Rohstoffe. Ja, was haben wir hier noch? Das Teilgeflecht. Ja. Spezial. Sturmvogel-Trophäe. Ha! Wer weiß, das ist ein Sturmvogel für die Jägerloge erledigt, oder? Okay. Okay. So. So. Okay, wir gucken mal rein hier. Für den Vera. So, Stufe 40. Warte mal, wir sind jetzt... fast Stufe 37. Wir nähern uns 37. Dafür brauchen wir nur noch 10.000 Punkte. Ein Versänger und das Ding ist erledigt. Oder ein... Warte mal... Was gab es 11.000? Mit dem? Warte mal Kralle. Nee, Quatsch. Frostkralle. Frostklaue. Die gab doch auch 11.000. Aber der Versänger oben beim Turm, der hatte doch auch 11.000 gegeben, oder? Keine Ahnung. Wie gesagt, im Schneegebiet ist das schnell gemacht. So. Ähm. Jo. Okay. Gucken wir mal auf die Quests. Ähm. Das Feld der Gefallenen. Ja. Hm. Die tödlichste Beute. Was war hier? Herr Lange, ein Donnerkiefer-Trophäe. Wollen wir das machen? 6.000 EP. Zeig mal auf der Karte. Das war das Ding hier unten. Machen wir. Eine Quest draußen aus dem Logbuch. Machen wir. Haben wir einmal eine Sturmvogel dafür erledigt. Machen wir den jetzt auch noch mit. Eine Stufe 36. Das ist eine Quest. Wie viel? 18? War das jetzt eine 18er Quest? So. Warte mal. Warte, warte, warte. Quatsch. Blödsinn. So. Quests. Das ist tatsächlich. Äh. Warte jetzt. Räumen des Lager der Banditen. Schließe die Prüfung im Jagdgebiet ab. Okay. Aktiv. Ja, ja. Warte, 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 warte. Wir machen das hier vollkommen durcheinander. 18. Ja, sag ich doch. Gut. Das speichern wir hier direkt nochmal am Lagerfeuer. So. Jetzt hole ich mir auf Gedeih und Verderb dieses Ding da. So. Ich weiß auch nicht ob wir das Ding da einsetzen können. Das werden wir gleich sehen. Wir suchen uns. Oh. Warte, warte, warte. Kommt hier her oder? Was sollte da für eine Spräche? Eis. Warte, warte, warte. Stellen wir uns doch noch mal die Eisschleuder hier ein. Wo ist das Ding? Waffen. Leider? Ne. Wo ist das mit dem Eis? Eis, hier. Was ist das hier oben eigentlich? Das ist nur Eis. 2260. Leider. Durchbruchsschaden natürlich gar keinen, ist klar. Aber bei Eisschaden macht er hier 60. Deswegen nehme ich das Ding doch eigentlich lieber, oder? Na gut, hier könnten wir, bitte mal, herstellen, Waffen modifizieren. Wie komme ich da jetzt erst drauf? Ähm. Kaiserschlager. Was können wir hier draufpacken? Was haben wir? Sehr selten Eis. Verdammt. Äh. Leerer Platz. Was haben wir? Abriss, Handhabung. Da haben wir hier jetzt, ja, Eis 75. Das lohnt sich doch, würde ich sagen. Hä? Du solltest das gleich mit hier drauflegen, Mensch. Das kann doch wohl nicht so schwer sein. Hier, da. Ja. Ich höre doch das Gebiet könnten sie uns nicht geben, ne? Das wäre geschafft. Ich hab' nie geschafft. Gar nichts geschafft. Welche Eis? Das ist ja schön, aber... Da sind so die bestimmten Schwachstellen, die hier... Na, wo ist der? Hat er sich irgendwie noch berühmt? Der Power hat abgezogen gekriegt. Oh ja, das zieht, das zieht tatsächlich... Daneben. Was war das denn? Das war ja wie Ufo. Wir gehen mal lieber, haben wir noch ein Grasbüschchen hier in der Nähe. Würde ich mal einen Schritt weiter weg gehen. Was ist das? Okay, ich kann nicht mehr auf dem Weg gehen. Ich bin nicht mehr auf dem Weg. Wo ist er? Ah. Was fördern wir denn immer ganze Munition hier für nichts? Mensch. Nicht schon wieder. Gibt's ja nicht. Oh. Nein. Ja, die Schleiderseil zu nehmen. Flucht doch mal. Kann ich doch wohl nicht sein. Ich hab keine Munition mehr. Naja. Jetzt haben wir ihn. Busser da. Entschuldigung. Entschuldigung. Busser da. Ja. Da kommen sie. Da muss ich dann jetzt was sehen. Hier ohne Foto. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Wir sind nur zwischen einlei EIS ok. wasser wasser war im w w w w w w w Ah, Maul. Achja, die ist so fiesig, die drüber. Ei! Na, jetzt sind wir zu. Na, jetzt sind wir zu. Na, jetzt sind wir zu. Na, na. Na. Oh, da sind wir zu. 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 Die Frage ist jetzt... Die suchen mich. Keinen Bauteil hat er mehr. Ich habe ihn nicht mehr. Ich bin sicher nicht. Wir sind nicht mehr. Ich schauze den Däumen. Ich habe ihn nicht mehr. Ich habe ihn nicht mehr. Das nehm ich doch mit. Das Problem ist, dass die hier saulang sind. Ohne Munition bringt das nicht. Ja, jetzt haben wir noch die Bauteile. Das Problem ist, dass die Bauteile der Bauteile nicht mehrmals mehr von der Bauteile. Da kommt der da so einen Kopf in dem Hügel. Das ging halt zu 3-Mont-Schwanz. Der war doch voll drauf Jetzt ist er der Fluchtrebell noch durchgetan, oder? Der ist der Fluchtremer! 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 Jawoll! Alle Kampfmaschinen erledigt! Hä? Achso, wahrscheinlich alle Sorten von Kampfmaschinen! Und wir sind noch innerhalb der Zeit! Ich werd verrückt! Warte, warte! Erst einsammeln! Maschinenareal entdeckt! Donnerkäfer! Ja, was mischt ihr euch auch hier ein? Das habt ihr wirklich verdient! Ja, Pech gehabt! Bösehaft! So, wo liegt der Hund jetzt? Da ist er hier oben runtergefallen! Hier! Was ist das hier? Nee! So! Den Speicher dürft ihr ja automatisch eigentlich haben! Ja, ne oder? Nö! Warte mal! Wir speichern das mal fix hier! Hier liegt noch! Das darf ich nicht wieder vergessen! So! Warte mal! Wo liegt denn der Sau? Sagt! Ich hab Angst, dass der dann weg ist! Dass der wegsprummt! Ich brauch doch die Trophäe davon! Da oben liegt er! Das war mein Kampf! So! Damit gehen erstmal kurz so ein Kaffee raus! Was ich gesagt, der ist noch zu schwer für mich! Man kann nie wissen, wann man das mal braucht! Das sind alles... Das ist eigentlich der, äh... Witz! Ich muss es ganz ehrlich sagen! Das sind so Sachen, die die ver... Sag mal! Was ist denn hier? Äh... Ich suche einen Donnerkiefer! Donnerkiefer! Detailscherben! Freut mein Herz! Nahk... Nahkampf... Das war's wert! So! Auch heraus! Modifikation! Was haben wir jetzt gewonnen? 20 Nahkampfschutz! Okay! So! Rohstoffe! Donnerkiefer! Donnerkiefer! Und natürlich hier... Donnerkiefer! Trophäer! Haha! Wir haben das Ding tatsächlich... Ich habe mich tatsächlich immer gefragt, wofür das ist dieser, äh... Das Ding gut ist hier dieses, ähm... Womit wir dem die Bauteile abgeschossen haben! Na klar, Bauteile abzuschießen! Oh! Das sind zu schwächen ohne Ende! Jetzt nach über 100 Folgen! Ich glaube mit dem ganzen Wissen, was wir jetzt haben, da kommen wir auch in der nächsten Zeit relativ gut weiter! Krach! So! Gut! Okay! Fragt man sich was macht, dann hat er über 100 Folgen hier eigentlich gemacht! So! Hier auf Level 36 hochgepusht! Oh! Jetzt gucken wir mal Inventar! Wir gucken mal kurz! Fertigkeiten! So! Gut! Dann haben wir die Quests abgeben! Das stand ja was von 6000! Da haben wir unser Level 37! So! Und wir haben wieder keine Heilung! So! Wie viele Kröten haben wir jetzt? 958! Ja! Wir müssen hier sammeln gehen! Wir müssen sammeln! Aber jetzt ist wirklich Schutz mit der, äh... Äh... Aufnahme! So! Das war doch mal ein epischer Kampf würde ich sagen! So! Und das hätte wieder nicht viel gefehlt! Und Aloy wäre hier! Hatte ich jetzt gerade gespeichert? Ja, ne? Er ist gescheuert! So! Hey! Okay! Reicht für heute! War auch sogar innerhalb der Zeit wie gesagt! Ja! Damit! Dankeschön fürs Zusehen! Ich hoffe es hat euch gefallen! Mir hat es auf jeden Fall hier vorne gefallen! Ich hab gezittert! So! Dankeschön fürs Zusehen! Faut doch mal an die anderen Projekte rein! Lass mal ein Abo da! Weil es euch gefallen hat! Weil es euch gefallen hat! Und jetzt so viel zu viel! Das ist ja so viel zu viel!